Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Trackmania United Forever. Ja, zwei Sachen gleich am Anfang. André heißt jetzt auf, also heißt jetzt in Trackmania anders, wie ihr hier seht, Destroyer LP5. Und auf YouTube genauso, wir haben einen neuen Channel erstellt. Ja, der wird auch in der Beschreibung sein und zu diesem Channel kannst du jetzt ein paar Sachen erläutern. Ja, erstmal auf und ein herzliches Willkommen zu meinem Let's Play oder zu unserem Let's Play. Und ja, also, ja, wir sind da drauf gekommen, weil wir ein Video hochladen wollen, ich und Mojian. Dann aber, weil ich da durch über die 15 Minuten war, weil ich 15 Minuten war, konnte ich es nicht hochladen. Und ja, deswegen haben wir einen Channel erstellt, glaube ich doch zumindestens. Also, ja, ja, das war so bei ihm auf seinem alten Channel, André77498. War das so, da wurde irgendwie beim Hochladen, stand da irgendwie, zwei Videos werden hochgeladen, wo wir aber nur eins hochladen. Ja, und dann ging das irgendwie nicht mehr. Dann, keine Ahnung, ging das gar nicht. So, dann haben wir erstmal einen neuen Channel erstellt. Ja, und auf diesen Channel wollen wir auch hochladen, aber er hat es mit den 15 Minuten noch nicht, dass er keine Videos, die länger als 15 Minuten gehen, hochladen kann. Ja, und das wollen wir jetzt versuchen, irgendwie wieder zu bekommen. Und vielleicht habt ihr ja Tipps dazu, wie wir diese 15 Minuten wieder bekommen können. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt in den TRF1 Racing Server fahren. Denn, ich habe es erwähnt, jedes Formel 1 Rennen Wochenende, heute fahren sie in Malaysia, glaube ich. Ja, und letzte Woche konnten wir nicht machen, weil da hatten wir keine Zeit dazu. Und ja, heute ist die Premiere TRF1 Racing. Und darauf freue ich mich schon. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, da sind wir auch wieder auf dem TRF1 Racing. Wir werden es ja so machen. Jedes Rennen Wochenende werden wir, ähm, den TRF1 Racing fahren. Also, wenn Formel 1 ist. Ja, und da wollen wir dann. Da muss ich auch Platz wissen. Oh, das ist so. Ich glaube, ob ich mal ruhig einen Tonleiter machen muss. Tut mir leid, Leute, dass ich ohne Ton fahren muss, aber... ... ...kann dann können wir mich lieber... ...mit Rollieren zurück und so zu fahren. Das ist schon schwer genug für mich. Wenn ich dann noch den Sound da habe, dann... Ja, da ist die Box und... Wir fahren in Melbourne fahren wir. Ja, in Melbourne und... ...danach kommt auch Leis. Okay, ich glaube, die haben es nicht nach der Reihenfolge gemacht. Aber wir passen, wenn jetzt noch mal Leis herkommt. Ja, und dann nach China. Ja. Ach, und... Oh! Und los geht's. Oh man, Alonso und Kathi Kehren sind vorbeigezogen. Und ich auch, dann Meilen-Docker. Safety Car, Safety Car. Ja, ähm... Aua, tschau. Wenn ihr mitmachen wollt, ähm, hier in TR, F1-Server. Ihr werdet so machen am jeden Rennwochenende. Freitag, Samstag oder Sonntag. Ja, ähm... Ist ja, also in drei Wochen ist das nächste... In drei Wochen werden wir das nächste Mal auf diesem Server fahren. Vorher nicht. Wenn ihr so gemacht, ihr das Rennwochenende. Ja. Ja, und... Ja, da werden wir nicht immer fahren. Und ich werde dann immer ein Bulletin auf YouTube posten. Wenn wir das machen, dann kommt ihr einfach um diese Zeit rein. Ähm... In TR. Und dann sagen, wann wir aufnehmen und so. Und dann... Fuck. Und dann... Nicht mehr gar gegen die Wand gefahren. Ja, und dann... Wird auch wieder... Formel 1 gezockt. Na, rein, gerade die Kehren, jetzt ist gerade noch Trotspark an. Also, Wings kann ich... Wings kann ich hier Formel 1 aufnehmen, aber nicht in echt... Äh, nicht in echte Formel 1 2011, F1 2012. Kann ich leider nicht aufnehmen. Ja, weil das eben so... Ja, das leckt... Äh, nicht so doll. Ich könnte es auch nicht, aber... Pfff... Ne, das... Also, das leckt wirklich... Ziemlich doll. Also, doll auch nicht. Auf jeden Fall mittel, aber... Ich will, dass es flüssig läuft. Und das wird es dann ab Sommer geben. Kein F1, aber dann ab September. Also, es bringt es gar nicht, wenn ich jetzt, äh... F1 2011 beginne und F1 2012 im September rauskommt. Ja, also, wir haben auch vorhin, also, einmal, wo wir F1 anderen Kumpel und Röchern und uns geredet haben, haben wir abgemacht, dass Röchern kein F1 2012-11-Let's playt, aber dafür dann von einem Sekunden zwölf. Darauf können wir dann schon mal in die vier Monaten treuen. September, also... Ja, September ist der neunte Monat, also könnt ihr euch in... Na, auf einem halben Jahr... In einem halben Jahr geht's los. F1 2012, ich freu mich wie eine kleine Sau, mein Bildschirm wackelt. Da ist ein klein Boxenstopp hier. Da ist ein klein Boxenstopp hier. Oh Mann, Katikian! Ja, Katikian hat mich überholt. Oder Karun Chandok und Alonso haben mich überholt. Meine... Kacke. Ich bin immer so knapp, ey, die zwei kurzen Boxenstopps haben wirklich gebracht. Ja, Alonso hat Fehler gemacht. Ja! Sebastian, bitte geht an! Alonso vorbei! Alonso macht Donuts! Und dann meine noch die an, ja, was ist das, mich an Tomorotorost da. Dann da... Und Katikian, ja! Auf der Zielgeraden, aber es ist noch eine Runde zu fahren. Und! Fehler! Yes, man! Ich kann gewinnen! Das kann das erste Mal sein, dass ich auf Platz 1 bin. Oh mein Gott. Finde! Also wirklich, unsere drei Lieblingsserver, also meine drei Lieblingsserver sind hier der Vulvary-Server. Genau. Ja, dann der NETR-Server, ist richtig geil. Genau. Und dann, ja, dann kommt noch ein Server von mir, das ist mein Lieblingsserver, der heißt Rocky Minis 2. Da kann ich noch mitfahren, weil, ähm, André noch nicht so viele Punkte hat. Da bräuchte man, glaub ich, 50.000 Punkte, bis man das hat. Und ich bin ins Ziel gekommen und ich suche dich mal schnell. Ich bin auch der Hinsiel. Ja. Da bist du, Destroyer-App. Ich hab, ich hab dich hier drauf. Den schnapp ich mir noch. Nein! Nein, knapp! Darf Dörter! Ah, du bist fünfter geworden. Das ist doch wirklich geil. Nee, für mich ist das nicht so geil. Ach, wo du, wo du jetzt gar kein, äh, ah nee, doch, Warm-Up wurde doch gefahren. Ja! 30 Coopers! Ich bekomme auch. Oder keine Ahnung, was das heißt. Ich fand die Strecke fantastic. Was heißt ein Score? Score ist, ähm, den Score, deine Punkte. Oh, Sebastian, also, Fernando Anonso ist knapp bei, wann Sebastian Vettel kommt. Und der Bernd Meilender mit den Wettbewerden. Safety Car, Safety Car ist letzter geworden. Und Shanghai! Und Shanghai! Und Shanghai! Und Shanghai! Ich bin mir bekloppt! Soll mal leise, komm! Warum sollen wir jetzt schon Shanghai fahren, wenn wir es beim nächsten Mal fahren, wenn wir es in drei Wochen jetzt fahren? Hallo! 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 auch dann schon mal waren und die dann eine die dann und das wichtig er hat den hr überholt aber man hat ja mit die kenne findet sich ja wieder auf Ja, komm, ich baue mit an. Ey, jippie, hast ins Ziel gekommen. Nur noch viele Leute noch drin. Ah, Lonson ist auch rausgeflogen. Nur noch Katikean, Vettel, dann Bernd Maylander und, sagen wir mal, Nico Rosberg sind noch drin, oder? Oh, ne, wie ne Michael Schumacher. Ja, das ist besser. Ja, good luck and have fun. Ja, wir haben ne halbe Tankfüllung. Und Bernd Maylander fährt erstmal außerhalb des Feldes weiter. Ja. Und Michael Schumacher nimmt das gut, sehr gut, Bernd Maylander ist vorne. Und Sebastian Vettel, oh, innen wieder, oh, Bernd Maylander kann dagegen halten. Ja, Bernd Maylander, oh, Vettel überholt. Wunderschönes Überholmanöver. Und das hat Bernd Maylander einen Fehler gemacht. Das war so ein... Sebastian Vettel trifft der Langeran. Der letzte Checkboard und mit einem schönen... Ah! Nein! Nein, Fehler! Mit schönen Drift. Und Bernd Maylander hat ihn überholt. Genauso wie Kathi Kean. Erstmal einen kurzen Boxen-Stop nehmen. Gefällt mir besser und Vollgas. Ja, du machst nur jetzt ohne sein. Ja. Aber dafür machst du denn noch. Ein Diebox. Ja, einmal war ich jetzt schon. Aber ein Super-Duell. Aber ein Super-Duell. Mit dem Bernd Maylander. Und Sebastian Vettel. Zwei Deutsche. Ich glaube, ohne Deutsche wäre die Form 1 gar nichts, ey. Ja. Da würde ich nie mehr von der 1 gucken. Das geht ja eigentlich gar nicht, ey. In so vielen Sportarten sind so viele Deutsche vertreten. Ja. Und auf der langen Karte gelten sie dieser Pfüls da, geallt. Ta-h-ha. Da hat mich nah rein. Da hat zum Ang. Vielen Dank.